Die Siegeltemperatur des Mela Seal 200 ist ab Werk auf 180 Grad eingestellt. Die Temperatur ist optimal auf den Einsatz der Sterilisierverpackung Melafol abgestimmt. Bei der Verwendung einer anderen Sterilisierverpackung berücksichtigen Sie bitte die spezifischen Herstellerangaben. Falls eine Anpassung der Siegeltemperatur notwendig ist, gehen Sie bitte wie folgt vor. Navigieren Sie mit der Plus- oder Minus-Taste zum Menüpunkt Settings. Durch Drücken der OK-Taste gelangen Sie in das Untermenü. Bestätigen Sie die Displaymeldung Temp erneut mit OK. Die eingestellte Siegeltemperatur blinkt. Die Temperatur kann mit der Plus- und Minus-Taste angepasst werden. Wenn der gewünschte Wert erreicht ist, drücken Sie bitte zum Speichern der Einstellung die OK-Taste. Abschließend kehren Sie durch mehrfaches Betätigen der geschwungenen Pfeiltaste zurück zum Startbildschirm. Falls Sie mit dem Siegelgerät länger als 5 Minuten nicht arbeiten, startet der Eco-Modus. Ein Tastendruck genügt, um das Mela Siel 200 wieder in Betrieb zu nehmen. So hilft Ihnen das Mela Siel 200 durch seinen Eco-Modus in Betriebspausen Energie zu sparen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017